Also ich gucke, ob ich da irgendwas herbekomme, dass ich das da mit einem machen kann. So, habe ich hier noch einen... Ja, habe ich noch. Komm her. Und Spiegel haben wir auch noch. Habe ich die nicht abgestellt, die Spiegel? Ich muss gleich mal gucken, ob ich die Spiegel auch bestellt habe. Also, es ist natürlich die Frage, macht es eher Sinn, die Sachen zu bauen oder eher die Sachen, die wir jetzt hier haben? Das ist halt die gute Frage, ne? Ne, ich kann es nicht reinpacken. Ich weiß nicht warum. Es könnte sein, dass das ein Bug ist. Es könnte auch mal sein, dass das gewollt ist. Aber ich weiß immer noch nicht, wo meine Spiegel sind. Der hat doch Spiegel da drin. Hm. Komisch. Müsste ich gleich nochmal gucken. So, Pulli. Willkommen, Tipp bekommst? Houk. Wenn du gutierst, dass du nicht hier drinstehstst. Blick försöktır. Was. Wie bist du denn? Wie ist hier sonst? Ich weiß nicht. Wie ist das? Wie ist du nie? Wie bist du? Wie ist das nicht? Die Rückkammer noch gar nicht im Angebot, ne? Auch da. Bin ich aufgefüllt. Sehr schön. Ja, Level 8. Was mich jetzt aber interessiert, wo sind die Spiegel? Hab ich die jetzt nicht gekauft? Aber wo kann ich die denn jetzt hin machen? Emi ist nicht so sicher für, was die jetzt sind. Gut, wir machen einfach mal den Laden mal auf. So. 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 Marken haben wir noch. 27 Stück. So. 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 So einholen noch. und sein dass ich die vergessen da hin zu packen das ist so ein kleiner sind noch viel stück dran ist auch nicht das natürlich jetzt nicht so schön wenn das material finden aber die sachen in dem fall gar nicht hinterher mit ganzen auffüllen das kann ich nämlich aber durchgehen so wir brauchen die männerhose die männerhose das ist die hier die musik nach bestellen definitiv das hemd bis level 15 dauert das noch so lange bis wir den auffüller kriegen so ansonsten habe ich eigentlich alles da größtenteils die hose fehlte nämlich hier die legends die fehlte ihn finde ich jetzt aber nicht allzu schön hier dann verkaufen wir den wieder ja das war jetzt nicht so ein schöner verkauf heute haben wir die röcke den wir jetzt verkauft auch nicht so viele wir können den tag neu starten ja minus sechs ja insgesamt kunden 24 24 26 habe jetzt nicht genau darauf geachtet da passt auf rechnungen dass ich auch immer teurer so mitarbeiter vier leiter 55 bereich den will ich doch nicht ändern lagerbereich möchte ich momentan auch nicht in an frau und dienst habe ich nicht hier dann muss ich die jetzt auch tagtäglich ändern von den preisen ich denke nicht mehr wenn ich dann weiß so lass mich bei ihm die sachen jetzt erst mal bestellen ich brauche wenn ich den laden werde ich wieder aufmachen kann da haben wir genug von die pullis fehlen glaube ich na ja da muss ich auch welche bestellen dann brauche ich die ist top und den rock brauche ich in dem brauche ich und den rock schön wäre es wenn der mit direkt sagen würde was genau fehlt dann brauche ich das die männer brauchen wir auch noch ja 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 bräuchte heute so rosa die hosen du kommst da rein das bräuchte nicht dasselbe die sind soweit voll dass es noch eine andere variation gibt das ist die hier ich gar nicht ich kann generell da oben nichts in packen interessanterweise dann weiß ich aber nicht was hier fehlt das beides dasselbe die nur eine andere farbe ja es ist andere marke ist eine andere marke ist das die hier seien die da sind du hast es ist der hier und der andere ist mit es auch sehr verwirrend driss mit es wo habe ich die durcheinander gemacht so deswegen haben die vorhin gemeckert okay passt das nicht ganz so dann lass uns mal gucken da habe ich die bestelle ich mal nach die auch die bestelle ich auch zweimal nach und habe ich noch und brauche auch mal zwei und ich auch noch welche bestellen davon war ja noch zwei von dem bei bestelle ich auch jeweils noch ein kauft das schon mal gleich den laden auf keine sorge ich will jetzt hier erstmal nur gucken dass alles gefüllt ist das ist der rock so eleganza nennt sich das ganze hier hat dinge oder sich verschiedene namen dann kommen wir zum nächsten der rücke habe ich schon der ist auch voll der ist auch voll wir müssen dann fiesta auffüllen ich glaube den habe ich nämlich noch nicht hier hier ist das ist der rock die männerhose die ist auch wieder voll ich kann jetzt nicht aufmachen solange ich jetzt die ware in der hand habe so männer jeanshose das ist nämlich auch endlich kommen wir machen schon mal offen hier dass wir geld verdienen der tag hier schon mal anläuft so und da haben boxer shorts was anderes wüsste ich jetzt nicht wie ich das nennen soll dann packen wir die da rein kann ich euch denn irgendwo reinpacken ne kann ich auch nicht dann lasse ich das erstmal da stehen so und die ganze haben auch mit dem mal voll das muss erstmal hin und her laufen das alles fertig machen hier so die jacken auffüllen die poli eigentlich ganz hübsch den drachen drauf fliegt schon so leicht den überblick ne das von den damen habe ich jetzt immer noch nicht ne ist das das jetzt hier genau das ist das was ich haben wollte bin sofort bei euch weil wie es da habe ich gar nicht hier ne die habe ich gar nicht hier gleich noch einen karton bestellen so dann brauchen wir noch kartons was ist das denn hier das weiß ich auch noch nicht was das sein soll weil da kann mit dem spiegel da blicke ich jetzt auch noch nicht durch kaufe ich auch mal oder wir haben das budget gerade da geht das ja noch also was wir jetzt schon mal besser gemacht haben als im supermarkt ist halt dass du hier direkt siehst ich kann nichts reinpacken okay also ich muss gleich mal speichern und laden guck mal ob es dann weg ist ähm dass du halt direkt auf den kartons jetzt siehst was du nutzen möchtest ne was habe ich hier da war jemand am meckern ich habe jetzt nicht gesehen warum wahrscheinlich weil das lange gedauert hat oder so warum kann ich euch nicht rein doch jetzt geht das ich kann das oben nicht reinpacken ach so ne warte mal uh okay jetzt habe ich es verstanden so jetzt brauche ich die männerhose lotiere das glaube ich nachher mal aus was was ist sonst blickst du da ja irgendwann nicht mehr durch ich ich ä ich hoje ich ich ich